Musik Mexiko City, die größte Stadt der Welt mit über 20 Millionen Einwohnern. Trotz hoher Smogbelastung liebt der Mexikaner seine Stadt, denn sie bietet ihm alles, von nach sein Herz begegnet. Auf einem der zahlreichen Märkte im Stadtteil Chochimilco findet er neben allerlei Dingen des täglichen Lebens sogar exotische und einheimische Vögel. Als Tierfilmer interessiere ich mich zwar für die eingesperrten Singvögel, sie wecken jedoch keine Begeisterung. Denn während die australischen Wellensittiche wohl aus Zuchten stammen dürften, werden die einheimischen Vögel, wie der rote Kardinal, aus ihren Brutgebieten weggefangen. Das Einfangen wildlebender Papageien ist jedoch in Mexiko offiziell verboten. Deshalb Filmen unerwünscht. Musik Gleich hinter der Smogwand der Metropole erwartet uns eine großartige Landschaft mit zahlreichen Vulkankegeln. Der imposanteste und mit über 5000 Metern zweithöchste Vulkan Mexikos ist der Popocatepetl, der rauchende Berg. Musik 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 Das zentral-mexikanische Gebirge, die Sierra Neo-Vulcanica, ist vulkanischen Ursprungs. Die Aktivität der Vulkane im Hochland ist im Moment zwar gering, aber mit Erdbeben muss in dieser labilen Zone ständig gerechnet werden. Zehn Prozent aller auf der Welt registrierten Beben haben ihr Epizentrum in Mexiko. Vom zentralen Hochland verlaufen zwei Randgebirge etwa 1200 Kilometer nach Norden. Zwischen ihnen liegt in einem abflusslosen Becken die Chihuahua-Wüste. Aber auch an der westlichen Pazifikküste ist es extrem trocken. Dort finden wir südlich des Wendekreises noch tropische Trockenwälder. An der östlichen Atlantikküste bei Veracruz ist es dagegen tropisch feucht. Regenwälder und Sümpfe erstrecken sich von dort bis in den südlichsten Zipfel Mexikos. Auf der Halbinsel Yucatan wächst kein Regenwald, sondern tropischer Dornbuschwald. Hier entstanden vor 1600 Jahren die alten Maya-Kulturen. Auf dem Weg zu unserem ersten Ziel, der Chihuahua-Wüste, überfliegen wir den Canyon del Cobre in das Sierra Madre Occidental. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Kupferschlucht, Barranca del Cobre, mit ihren steil abstürzenden Felswänden und den fast 2000 Meter tiefen Schluchten, ist im Vergleich zum weitaus bekannteren Grand Canyon in Arizona 150 Meter tiefer und wesentlich breiter. Diese Wildnis ist nicht menschenleer. Hier leben noch Halbnomaden, die Tarahumara-Indianer. Den Sommer verbringen sie in den höher gelegenen Regionen, wo sie Ackerbau und Viehzucht betreiben. Im Winter ziehen sie sich in tiefer gelegene, wärmere Zonen zurück und leben dort von der Holzwirtschaft. Östlich des Canyon del Cobre breitet sich die Chihuahua-Wüste aus. Anders als die weiter nordwestlich gelegene Sonora-Wüste ist die Chihuahua-Wüste meist steinig und gebirgig, eine Felswüste. Kakteen und Agaven, die Wasser speichern können, haben hier ihre Heimat. Mit über 300 Kakteen-Arten ist Mexiko der größte Kakteen-Garten der Welt. Der Teddybär-Choyah ist eine besonders auffällige Kaktus-Art. Man zählt ihn zu den Opunzchen. Der extreme Lebensraum Wüste erhält nur unregelmäßig und selten Regen. Er versickert und verdunstet ihm Nu. Den Feigenkaktus nahmen die Spanier wegen seiner schmackhaften Früchte sogar mit in ihre Heimat. Viele Dichter, die über Mexiko schrieben, waren fasziniert vom Farben- und Lichtspiel der Kaktuslandschaft und von ihren Bewohnern, den Schlangen. Und in der Tat, Mexiko ist mit fast 500 Schlangen-Arten das Land der Schlangen. So mag es nicht verwundern, dass die Azteken Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, als ihren Schöpfergott verehrten und auch im mexikanischen Wappen sind Adler und Schlange abgebildet. Die ungiftige Kutscherpeitschennatter hat allen Grund, sich vor dem Adler vorzusehen. Sie steht kurz vor der Häutung und sieht mit ihren milchig-blauen Augen weit weniger als sonst. Wenn Gefahr droht, stellt sie ihre Schnelligkeit unter Beweis. Die Spottdrossel ist sehr anpassungsfähig. Es gibt kaum einen Lebensraum, den sie nicht besiedelt. Der Rot-Kardinal bevorzugt die trockenheißen Biotope. Leider wird er wegen seines farbenprächtigen Gefieders von den Mexikanern gerne als Käfigvogel gehalten. Das schlichter gefärbte Kardinals Weibchen hat es da besser, obwohl es genauso schön singt. Der kräftige Schnabel ist ein ideales Werkzeug zum Verzehr von Samen und Früchten. Ein leuchtend rot-schwarzes Farbkleid, das Feinde warnen soll vor einem starken Gift. Das ist das Kennzeichen der Korallenschlange. Diese flinke kleine Giftnatter versucht zu fliehen, wenn sie vom Menschen aufgeschreckt wird. Nur beim nächtlichen Beutezug auf der Suche nach anderen Schlangen und Echsen kann sie gefährlich werden. Diese Korallenschlange zeigt kaum einen Gelbanteil im Farbmuster. Das kommt selten vor. Sie sucht Schutz in der nächsten Felsritze. In einem so riesigen Trockengebiet wie der Chihuahua-Wüste erwartet man auch Sanddünen. Doch erst nach langer Suche finden wir im äußersten Norden Mexikos ein unberührtes Fleckchen. Der Grund? Hügel für Hügel wird der Sand illegal abgebaut und als Baumaterial missbraucht. Leider ist zu befürchten, dass auch dieser Sandwüstenteil in absehbarer Zeit verschwunden sein wird. Noch ist es nicht so weit. Die aufgehende Sonne verdrängt die angenehme Kühle der Nacht und bald wird es unerträglich heiß werden. Spuren im Sand verraten emsige Tiere. Es sind die Wüstenschwarzkäfer, vorwiegend nachtaktive Tiere, die jetzt Schutz vor der sengenden Sonne suchen. Mit ihren langen Hinterbeinen bewegen sie sich mühelos im lockeren Sand. Hohe Hitze und Feuchtigkeit sind das Startsignal zum Schluss. Das sind die Flüpfen der Skorpionskrustenechse. Mit Warnfarben und Giftdrüsen im Unterkiefer, wehrhaft ausgestattet, schreckt sie ihre Feinde ab. Im flachen Teil der Sandwüste, wo sich trocken und hitzeresistente Zwergsträucher halten können, findet die Helmwachtel Nahrung und Unterschlupf. Außerhalb der Brutzeit leben die Wachtelhühner in kleinen Gruppen zusammen. Meist sind es Großfamilien. Das gibt ihnen mehr Sicherheit vor ihren Feinden. Postiert sich gar ein Wächter hoch oben in der Buschkrone, können die anderen Familienmitglieder sich sorglos der Nahrungsaufnahme widmen. Steine und Sandwelle bieten ihnen zusätzlichen Schutz. Stetig heizt die Wüstensonne Boden und Luft auf. Die Helmwachteln werden sich bald in schattige Bodenmulden zurückziehen. Dann wird der Weissschwanzbussard eine andere Beute ins Auge fassen müssen. Ein scharfes Auge ist allerdings nötig, um die hervorragend getarnten Krötenechsen auf dem steinig-sandigen Wüstenboden ausfindig zu machen. Die Echsen können sich ganz auf den Schutz ihres Stachelkleides verlassen. Und so warten sie geduldig auf vorbeikrabbelnde Käfer, Heuschrecken und vor allem Ameisen, ihre Lieblingskost. Die Ameisensäure benötigen sie für ihre Verdauung. Wie aus einer anderen Welt wirken diese stachelbewehrten, aber völlig harmlosen Tiere. Nähert sich eine Ameise, dann können diese trägen Gesellen plötzlich sehr schnell reagieren. Für die meisten tagaktiven Tiere ist das Wüstenklima nur am Morgen oder gegen Abend erträglich. Dann erscheint auch eine kleine lachsrote Schlange, die rote Zwergtrugnattern. Mit dem Gift aus ihren winzigen Giftsähnen wird sie dem Menschen kaum gefährlich. Sie benötigt das Gift aber als Hilfe für die Verdauung ihrer hartschaligen Kost, den Tausendfüßern. Jetzt in der Abendstunde wird sie Jagd auf diese Gliedertiere machen. Musik Für uns ist es Zeit, noch ein Stück des weiten Weges, der vor uns liegt, zurückzulegen. Vom äußersten Norden wollen wir ins Hochland zurück, von dort einen Abstecher zum Überwinterungsgebiet der Monarchfalter zu unternehmen. Eine fantastische Morgenstimmung am Pazcuaro-See lässt uns hier etwas verweilen. Musik Der 2000 Meter hochgelegene See ist vulkanischen Ursprungs. In dem abflusslosen Becken sammelte sich später das Wasser zahlreicher kleiner Flüsse. Jetzt im Frühling herrscht noch Trockenzeit. Nur ein paar Orchideen zieren den kargen Boden. Später finden wir an einer anderen Stelle einen Blütenteppich mit Kosmeen. Musik Andere Blumenfelder ziehen an uns vorbei. Oasen für Schmetterlinge und andere Insekten. Musik Zwei Perlmut-Helikonienfalter haben sich gefunden und lassen sich während der Paarung durch nichts stören. Da sie giftig sind, werden sie von den Vögeln verschmäht. Nach einer Wegstrecke von 1600 Kilometern erreichen wir das Hochland von Michoacan. Bei Angangeo finden wir auf 3200 Metern Höhe das wohl größte Überwinterungsgebiet der Monarchfalter. Jeden Herbst ziehen die Falter in riesigen Schwärmen von Kanada und dem Norden der USA in dieses Hochtal. Bis zu 35 Millionen Mariposas Monarchas drängen sich hier auf wenigen tausend Douglas-Tannen zusammen. Fern von ihrer winterlichen Heimat finden sie hier hervorragende Lebensbedingungen. In der Kühle des Hochtales ist ihr Energieverbrauch gering und es gibt reichlich Nahrungspflanzen. So können die Schmetterlinge die kalte Jahreszeit gut überdauern und sich gleichzeitig fortpflanzen. Anfang April fliegen die begatteten Weibchen in ihre Heimat zurück. Ihre Nachkommen werden den nächsten Winter wieder in diesem mexikanischen Hochtal verbringen. ator2. 2. 5. 14. 17. 17. 20. 17. Vom Tal der Schmetterlinge wollen wir weiterziehen, über das Hochland ostwärts bis in die küstennahen, tropisch heißen Sumpfgebiete am Golf von Mexiko. Fassungslos müssen wir mit ansehen, wie auf brutale Weise das Röhrricht niedergebrannt wird, indem sich bereits viele Wasservögel zur Brut verborgen halten. Von wenigen Plätzen abgesehen, haben wir im ganzen Land kaum noch intakte Schutzreservate für die heimische Tierwelt gefunden. Nur mühsam kommt die mexikanische Regierung mit ihrer Aufklärungsarbeit zur Erhaltung der Natur voran. Trotz allem finden wir noch eine unzerstörte Sumpflandschaft und auch die Tiere zeigen keine allzu große Scheu wie sonst. Greifvögel, wie die Schneckenweihe, werden vom Menschen toleriert, denn das nicht weit entfernte Meer liefert den Bewohnern genug Nahrung. So kann die Weihe unbehelligt von Flinte und Steinschleuder nach den Wasserschnecken suchen. Die Vogelwelt in diesem Sumpfgebiet nahe der Hafenstadt Frontera ist sehr artenreich, denn neben freien Wasserflächen, Schilf- und Binsengewächsen schaffen Gebüsch- und Baumgruppen zusätzliche ökologische Nischen für Kleinfögel, wie den Schwefeltyrann, ein Fliegenschnepper. Den Riefenschnabel Ani, eine Kuckucksart. Und den Rubintyrann, ebenfalls ein Fliegenschnepper. Das Rubintyrann-Weibchen ist nicht so gut im Ästegewirr zu entdecken, wie das leuchtendrote Männchen. In diesem feucht-heißen Lebensraum findet das Tyrannenpärchen genügend Insektennahrung, vor allem Stechmücken. Die Leibspeise der Schneckenweihe sind Wasserschnecken. Mit dem weitgekrümmten Schnabel angelt der Greifvogel die Schnecken aus ihrem Gehäuse. Der ausgewachsene Jungvogel bekommt erst im nächsten Jahr die endgültige Gefiederfärbung. Dunkelbraun, wie das Weibchen, oder schiefergrau, wie das Männchen. Ein weiterer Jäger aus der Luft ist der Rotbrustfischer. Auch der Amazonasfischer hält Ausschau nach kleinen Fischen. Obwohl die Reiher in diesen Sümpfen nicht vom Menschen gejagt werden, bekommt man nur selten so große Ansammlungen zu Gesicht wie auf dieser Sumpfwiese. Der große Silberreiher wartet neben dem kleineren Seidenreiher auf eine Bewegung im seichten Wasser, um dann blitzschnell zuzupacken. Die weißen Ibisse hingegen lauern nicht in stoischer Ruhe wie die anderen Reiher. Sie haben ihre eigene Jagdtechnik und schrecken die Beute mit hastigen Schritten auf, um sie dann zu fassen. Während die einen mit Jagen beschäftigt sind, widmen sich andere der Gefiederpflege. Auf das Säubern und Ordnen der Schwungfedern verwenden die Reiher viel Zeit. Auch die Schneckenweihe jagte erfolgreich. Die Reichhaltigkeit der Sümpfe an Wassertieren zieht nicht nur Vögel an. Auch der Mensch nutzt das Nahrungsangebot in geringem Umfang. Die großen Bestände der Wasserhiazinte weisen darauf hin, dass viel organisches Material vorhanden ist. Nahrungsgrundlage für allerlei Wassertiere. Diese Kleintiere verfangen sich im Korb des Krebsfischers, wenn er mit ihm das Wasser durchseit. Schnecken, Krebse, Aale, Barsche und andere Fische sind die Ausbeute. Der Mexikaner ist sichtlich stolz auf seinen Fang. Er demonstriert uns das mögliche Nebeneinander von Mensch und Tier. In dem Teil der Sümpfe, wo neben Wasserhyazinten vor allem Schwimmblattpflanzen wie Seerosen und Laichkrautgewächse vorherrschen, ist das Jackana, das Gelbstirnblatthühnchen, zu Hause. Die außergewöhnlich langen Zehen schaffen eine große Aufsatzfläche und erlauben es dem Blatthühnchen, über die Blätter der Schwimmpflanzen zu laufen, ohne einzusinken. So braucht das Jackana nur die Insekten und Würmer von der Wasseroberfläche aufzuklauben. Der Streifen-Basilisk dagegen muss seiner Beute auflauern. Das Federkleid des Jackana-Jungvogels ist noch nicht endgültig ausgefärbt und auch das charakteristische gelbe Hornschild über dem Schnabel muss noch ausgebildet werden. Der Lebensraum dieser Vogelart erstreckt sich nur von Mexiko bis Panama. Im Sumpf lebt neben dem Blatthühnchen ein scheues Tier, das nur schwer im Blätterteppich der Hyazinten zu entdecken ist, die südamerikanische Rohrdommel. Im Sumpf, in der Duar, im Sumpf aus dem Nahrungs-Gesandels ist die bypassenden Gebirge, zu binden Sie die Erdbein, das vom Nahrungs-Gesandels zurückge탈, in der Duar, die Ettliche Pfanne und die Stimme die Verkaufel nach innen, in dem Duar, Die Rohrdommel ist bei der Jagd meist erfolgreich. Beim Mangrovereier lässt der Erfolg noch auf sich warten. Er ist ein Lauerjäger, die Rohrdommel ein Pirschjäger. Nun hat sie wieder eine Beute erspäht. Dieser Fang hat sich gelohnt. Wir verlassen nun die Sümpfe bei Frontera und steuern ein weiteres Ziel an. Die Halbinsel Yucatan. Diese flache Kalktafel entstand aus marinen Ablagerungen, die sich später über den Meeresspiegel emporhoben. Eine dünne Humusschicht, ein poröser Boden, ein monotoner tropischer Buschwald, kaum Klimaschwankungen, nur ein Wechsel in der Regenhäufigkeit, heiß, schwül und Moskito verseucht. All dies hielt die damaligen Mayas nicht davon ab, trotz menschenfeindlicher Lebensbedingungen hier ihre grandiosen Tempelstädte zu errichten. Uschmal, die Hauptstadt der Shiyu, wurde im 7. Jahrhundert gegründet und im 11. Jahrhundert aus bisher unbekannten Gründen verlassen. Man vermutet, dass es letztendlich Ernährungsschwierigkeiten waren, die die Mayas zur Aufgabe zwangen, denn schon damals brachte der Brandrodungsfeldbau keine ausreichenden Erträge. Zusätzlich bekämpften sich die Fürstengeschlechter gnadenlos. Die Festung Tulum an der Karibikküste mit ihrer vier Meter hohen Wehrmauer belegt dies überdeutlich. Selbst dieses massive Bauwerk auf 15 Meter hohen Klippen überstand nicht den Ansturm der Feinde. Die Küstenbereiche Yucatans unterscheiden sich sehr stark voneinander. Die Ostküste, wo wir uns gerade befinden, mit klarem, kalkreichem Wasser, vermischt mit Süßwasser, bietet einen idealen Lebensraum für Krebstiere und Fische. Im Gegensatz dazu erlaubt die flache Westküste bei Celustun mit trübem, planktonreichem Wasser eine reiche Entwicklung von Muscheltieren und Pfeilschwänzen. Und schließlich besitzen die im Norden gelegenen Salzlagunen bei Rio Lagartos Brut- und Überwinterungsmöglichkeit für zahlreiche Wartvögel. Die Renn- oder Gespensterkrabbe eroberte sich den unruhigsten Teil des Lebensraumes mehr, den Spülsaum. Aber er bringt der Rennkrabbe dreierlei Vorteile. Wohnmöglichkeit in Sandröhren, reichlich angeschwemmtes organisches Material zum Verzehr und schnelle Fluchtmöglichkeit ins nahe Meer. Die gestielten Augen ermöglichen der Gespensterkrabbe einen raschen Überblick, wenn sie von einer Welle überspült wird. Denn sie hat viele Feinde, vor allem Seevögel, denen sie geschickt mit ihren schnellen Beinen ausweichen kann. Vom Meeressaum entfernt und auf das trockene Land zurückgezogen, hat sich der Einsiedlerkrebs. Er atmet nicht mehr über Kiemen, sondern über den dünnhäutigen Hinterleib. Unter Wasser würde der Landeinsiedler in wenigen Stunden ertrinken. Das Meer wird nur noch kurz vom Weibchen aufgesucht, um die schlüpfenden Krebslarven abzustreifen. Der schwarze Leguan bewohnt die Felsküste. Hier findet er seine pflanzliche Nahrung. An der Ostküste, nahe Tulum, liegen Meeresbuchten mit kristallklarem Wasser. Am bekanntesten ist Jel Ha, ein Naturreservat. Hier kann jeder Besucher schwärme bunter Fische hautnah beobachten. In dieser Vielfalt findet er sie nur noch an dem 20 bis 40 Kilometer vorgelagerten Korallenriff. Das Zusammentreffen von Meereswasser mit Süßwasser zieht Krebse und Kleinfische massenweise an, denen wiederum die Barsche in großer Zahl nachstellen. Die blauen Doktorfische ernähren sich von Garnelen, aber auch von Algen und Seegräsern. Auf beiden Seiten des Schwanzstiels besitzen sie einen kleinen Dornfortsatz. Dieses hellgelb leuchtende Skalpell ist eine gefährliche Waffe und warnt jeden Angreifer. Nach vorne geklappt kann das Skalpell tiefe Schnittwunden verursachen. Daher der Name Doktorfisch. Die Lagune von Jel Ha gleicht einem Meeresgarten. Mit Taucherbrille und Schnorchel ausgerüstet ist es möglich, tropische Meeresfische aus nächster Nähe zu beobachten, wie Riffbarsche oder Schwärme von grauen Schnappern. Auch den Papageifisch trifft man häufig an. Mit seinem stark gekrümmten, papageienähnlichen Schnabel löst er selbst sehr harte Kost vom Fels oder weidet unter der Wasseroberfläche Grünalgen ab. Als Verdauungshilfe nimmt er auch Korallenreste und Sand auf und scheidet sie als feine Sedimente wieder aus. Die Blaustreifen Grunzerfische können durch Aneinanderreiben ihrer Schlundzähne grunzende Töne erzeugen. Tagsüber versammeln sich die nachtaktiven Tiere in der flachen Küstenregion, um dort Schutz zu suchen vor ihrem Feind, dem Barracuda. Er ist einer der größten Räuber in den Gewässern Yucatans. Barracudas sind Einzelgänger. Nur zur Leichtzeit leben sie in größeren Schwärmen im Blauwasserbereich. Gelegentlich patrouillieren auch ausgewachsene Exemplare das seichte Küstengewässer. Es verspricht reichhaltiges Futterangebot. Von der karibischen Ostküste Yucatans machen wir einen Abstecher zur Westküste am Golf von Mexiko. Krasser könnte der Unterschied nicht sein. Das Wasser ist flach, trüb und sehr planktonreich. Die ideale Kinderstube für Muscheln, Krebse, Fische und den Pfeilschwanz. Der Pfeilschwanz ist nicht mit den Krebsen, sondern mit den Spinnen verwandt. Er ist ein lebendes Fossil. Schon vor 360 Millionen Jahren, lange bevor die Dinosaurier existierten, bevölkerten diese urtümlichen Geschöpfe die Erde. Wie die Spinnen besitzen sie einen blauen Farbstoff. Der Großplattenseestern ist im trüben Wasser kaum zu erkennen. Fühlt sich der Pfeilschwanz verfolgt, versucht er den Gegner durch zuckende Schwanzbewegungen zu irritieren oder auch Sand aufzuwirbeln, um im trüben Wasser zu entkommen. Das wehrlose Tier kann weder beißen noch kneifen. Das Pfeilschwanzpärchen tut gut daran, im flachen Küstengewässer zu verweilen, denn im offenen Meer begegnet es dem Hai, seinem Hauptfeind. Unsere dritte und letzte Station auf der Halbinsel Yucatan sind die Salzlagunen an der Nordseite. Das Gebiet der Aguas Salinas de la Ría de Lagartos. Die Lagunen der Echsen beherbergen heute keine Sumpfkrokodile mehr, dafür tausende von Wasservögeln aus Nordamerika und der Karibik. Anziehungspunkt sind für uns die roten Flamingos, die hier ein besonders kräftiges Rosarot zeigen. Von allen sechs in der Welt vorkommenden Flamingo-Arten ist die karibische Unterart die farbenfreudigste und neben dem Kurzschnabel-Flamingo die seltenste. Mit ihrem speziell dafür gebauten Schnabel filtern die Flamingos Krebschen und kleine Wassertiere aus dem stark salzhaltigen Wasser. Die Farbe dieser Krebstiere verleiht den Stelzvögeln die intensive Rotfärbung des Gefieders. Die Krebschen wiederum erhalten ihre Farbe von den Blaualben, die den Pigmentfarbstoff Xanto-Kantin besitzen. Nicht nur für die Flamingos bietet die Lagune Nahrungs- und Rastplatz. Der Fisch- und Krebsreichtum lockt auch andere Vögel an. Pelikane, Kormorane, Möwen, Reier und viele Wartvögel, die sich die Salinen als Überwinterungsplatz ausgesucht haben. Der mexikanische Stelzenläufer lässt sich vom Getümmel der vielen Einwanderer nicht beeindrucken. Er hat jetzt Ruhepause. Die Strandläufer dagegen sind unermüdlich und jagen emsig nach kleinen Insekten. Die Salinen von Lagartos sind ein wichtiger Brut- und Rastplatz der karibischen Flamingos und anderer Wasservögel. Durch die Eindeichung für die Salzgewinnung erhöht sich jedoch die Salzkonzentration der Lagune so stark, dass auch Kleinkrebse nicht mehr existieren können und somit wird den Flamingos allmählich die Nahrungsgrundlage entzogen. Die braunen Pelikane sind von der Eindeichung weniger betroffen. Sie halten sich bei ihrer Jagd mehr im tieferen Wasser auf. Sie sind meisterhafte Flieger und ausgezeichnete Stoßtaucher. Sie sind mit der Eindeichung weniger betroffen. Die Küsten und Lagunen von Yucatan haben uns besonders beeindruckt. Vorläufig heißt es aber Abschied zu nehmen, um auf einer weiteren Reise die tropischen Wälder Mexikos kennenzulernen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020